Handy Sektor erklärt Was ist eigentlich Cybermobbing? Das ist Tom. Tom fühlt sich gerade ziemlich mies, denn er wird seit ein paar Tagen gemobbt. Angefangen hat alles mit fiesen Nachrichten, die ihm auf sein Smartphone geschickt wurden. Tom kennt die Telefonnummer nicht und er weiß nicht einmal, warum er überhaupt gemobbt wird. Bevor irgendjemand die Beleidigungen zu Gesicht bekommt, löscht Tom diese schnell. Er hofft, dass die fiesen Nachrichten von alleine aufhören. Doch es wird immer schlimmer. Ein paar Mitschüler aus seiner Klasse haben inzwischen eine WhatsApp-Gruppe erstellt. Tom weiß nicht genau, was sie darin alles schreiben, aber er fühlt sich ausgegrenzt. Und von Tina hat er erfahren, dass ein peinliches Bild von ihm in dieser WhatsApp-Gruppe herumgeschickt wurde, über das sich jetzt alle lustig machen. Traurig trottet Tom nach Hause. Seine Mutter merkt sofort, dass etwas nicht stimmt und spricht ihn darauf an. Doch Tom schämt sich. Er will nicht darüber reden und verkriecht sich gleich in seinem Zimmer. Tom fühlt sich richtig elend und ist froh, dass er nun endlich zu Hause ist. Doch die Angriffe hören nicht auf. Am Nachmittag ruft Tina ihn aufgelöst an. Sie hat gerade entdeckt, dass irgendjemand das peinliche Bild von Tom noch weiter verunstaltet und auf Facebook gestellt hat. Sie rät Tom, dass er sich unbedingt Hilfe holen und mit der Klassenlehrerin reden soll. Sie würde ihn sogar begleiten und ihm zur Seite stehen. Aber Tom ist das Ganze viel zu peinlich. Er will einfach nur seine Ruhe und hört nicht auf Tina. Stattdessen meldet er das fiese Bild bei Facebook und tatsächlich nach einiger Zeit ist es auch verschwunden. Doch am Abend entdeckt Tom, dass das Bild erneut hochgeladen wurde. Tom fragt sich, wie es nur so weit kommen konnte. Bis heute weiß er eigentlich nicht genau, warum die anderen ihn überhaupt fertig machen. Aber was hätte Tom anders machen können? Zuerst fallen ihm die fiesen Nachrichten ein. Tom hätte sie abspeichern, ausdrucken und damit zur Klassenlehrerin oder einer anderen Vertrauensperson gehen können. Über die Telefonnummer kann die Polizei herausfinden, wer sich hinter den Nachrichten versteckt. Tom hat auch gemerkt, dass die anderen nicht von alleine aufhören werden. Er weiß nun, dass er sich Hilfe holen muss. Da kommt ihm das Gespräch mit seiner Mutter in den Sinn. Tom erzählt ihr, was passiert ist. Gemeinsam überlegen sie, wie Tom aus der Mobbingfalle entkommen kann. Das macht Tom Mut und er fühlt sich nach dem Gespräch schon viel besser. Zuletzt überdenkt Tom auch noch einmal seine Reaktion auf den Anruf von Tina. Im Nachhinein tut es ihm leid, dass er ihr Hilfsangebot ausgeschlagen hat. Mit Tina hat er eine richtig gute Freundin, die auch in schlechten Zeiten an seiner Seite steht. Unterstützt von Tina, seiner Mutter und der Klassenlehrerin, steht Tom nun nicht mehr alleine da. In vielen Gesprächen mit den Mobbenden machen sie klar, was Mobbing für den Betroffenen bedeutet und welche Konsequenzen die Täter befürchten müssen. Und tatsächlich, die Angriffe hören auf. Tom hat gezeigt, dass er sich nicht einschüchtern lässt und nicht alleine ist. Tom ist jetzt zuversichtlich, dass irgendwann alles so wie früher wird. und nicht alleine ist, dass er sich nicht einschüchtern lässt. Und das ist, dass er sich nicht einschüchtern lässt. dass er sich nicht einschüchtern lässt. Das huntingt manchmal nicht einmal,